Sind alle wieder drin? Einer fehlt glaube ich noch? Achso, erneut spielen. Eine würde ich noch mitmachen wollen dann. Ja, dann kommen wir komplett zur letzten. Alles klar. Ich mach Anmod, alles klar. Oha. Oh je. Schnell kein Maus. Sagen. Wann? Jetzt. Was geht ab? Herzlich willkommen zum großartigen Staffelfinale von Amoongas. Let's go. Wir haben, wie bei der letzten Folge, mit am Start. Ayana. Servus. Shark Daddy. Hi. Nerdcrime. Frau Retro. Hi. Frankie. Hello. Brille 591. Grüezi. Nauri. Hi. Und natürlich mich. Und ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, der wichtig gewesen wäre. Dementsprechend würde ich sagen, Daniel, drück den Knall. Nein, schau. Mit dabei natürlich auch der besteste Daniel der Welt. Let's go. Letzte Runde. Wow. Du hast mir Vertrauen selber schuld. Ehrenlos. Meine Frau. Geht's noch? Nerdy, wieso bist du gerade vom Alarm weggelaufen? Ja, wollte ich auch gerade fragen. Wollte ich auch gerade fragen. Das habe ich auch für die Idee. Alles ist mir genau so aus, dann hörte ich erst abgehauen. Es sah tatsächlich unglücklich aus. Allerdings war das Ding, ich wollte, weil Retro mir entgegen kam, dachte ich, ich schau mal, ob da eine Leiche dahinter liegt. Dann kam die ganze Welle, habe ich gemerkt, okay, jetzt sieht es für mich schlecht aus. Das Einzige, was mich vielleicht ein bisschen schützen kann, ist, ich war jetzt allein mit Daniel und ja. Wo wart ihr jetzt zuletzt? In Electrical. Ah ja, stimmt. Wo war die Leiche? Am Ende, ja. Wo wurde denn Frau Retro gefunden? Weapons, also Waffen. Da, wo Daniel am Anfang mit mir stand. Genau. Boah, viele waren da, da war ich auch am Anfang. Ja, da sind alle viele. Ist auch so ein Klassiker, die Sabotage auf der linken Seite und rechts killen. Das war der Grund, warum ich nach rechts gelaufen bin. Ja, ja, das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ich kann nur sagen, ich bin nach Daniel an Asteroids hin und war aber vor ihm fertig. Ich war kurz nach Brille. Dann ging der Alarm los und dann... Bist du runter Electrical, obwohl alle zum Alarm gelaufen sind? Die sind alle rüber, ja. Ich bin dann erst nach links und dann war es fertig und dann bin ich runtergelaufen. Wo liegt denn Frau Retro, äh, Herr Retro? Immer noch Weapons. Weapons. Rechts oben. Waffen. Waffen. Waren so viele vorhin. Ja, da waren alle am Anfang, außer ein, zwei Leute. Ich war nicht da. Frankie ist mit mir zusammen, direkt Admin K2. Ja, ich zwei hab ich nicht gesehen. Ja. Einer ist ganz alleine nach links gelaufen, direkt am Anfang. Das war ich. Ja, okay. Dementsprechend war ich ja der, der jetzt auch nach rechts gelaufen ist. Mhm. Shaki, mein Bester. Wo warst du? Er war, glaub ich, mit... Er war der, der mit gelöst hat den Alarm. Ich war gerade, ich stand direkt bei dir, Frank. Ich bin kuscheln gekommen zu dir. Ich meine vorm Alarm. Also excuse me. Vorm Alarm. Weißt du, ich komm. Vorm Alarm war ich mit den anderen in Weapons. Ja, er ist mit mir und ich glaube, Nauri und Retro rübergelaufen. Ja, Chris, ich glaube, Nauri und Retro sind, wir sind gleichzeitig von Weapons nach... Nee, ich bin nicht nach Weapons. Ich war... Nein, von Weapons nach den... Ah ne, da warst du da nicht bei, okay. Wer war denn das? Ich war mit Frankie in Admin. Also Nauri, Nauri und ich waren nicht auf der rechten Seite. Alle anderen waren da, ja. Gut, dass man mir die Frage gestellt und ich nicht antworten würde. Finde ich gut. Ja, passt, Nauri. Finde ich, finde ich, danke, danke dafür. Also, also nur um zu sagen, ich war nicht eine Sekunde alleine. Okay. Ja, dann antworte nächstes Mal und sag nicht, na, hör mal, also, wirklich. Scharki für mich grundsätzlich jetzt irgendwie immer auf der Liste. Ah, hör mal. Okay, okay, okay. Ich atme, ich bin Zass. Okay, danke. Oh, okay. Hallo, ich habe da einen Herr Retro gefunden, in Admin gerade, also wer war mit mir in Admin, weil ich weiß, Retro war da, da war noch, ich glaube, Blauer war da, war das Nauri? Nauri und Nauri habe ich noch gesehen. Ich habe ganz kurz reingedippt, habe gesehen, dass da zwei am Download stehen und dann ging Licht aus und dann bin ich mit Brille zu Licht gerannt und habe mit Brille zusammen Licht gefixt. Ja, aber ich konnte nicht sehen, da war alles dicht, da ging das Licht aus, ich habe kurz bevor das Licht ausging, habe ich noch jemand gesehen. Die zwei standen so ineinander, ich weiß jetzt leider nicht, wer da noch dabei stand. Aber er stand auch gar nicht mehr am Uploader, er stand schon zum Ausgang hin, das heißt, es muss genau in dem Moment passiert sein, dass das Licht ausging, weil ich habe nichts mehr sehen können. Nerdy? Ja. Du warst noch in Admin? Genau, ich war mit Retro, beziehungsweise Retro ist mir am Anfang ein bisschen gefolgt, weil er hat ja noch gesagt, er hat einen Sass auf mich, deswegen hat er ein bisschen beobachtet, was ich mache. Und ich habe immer ein bisschen Sicherheitsabstand gehalten, weil ich auch nicht wusste, wie es bei ihm aussieht. Und Sharky war auch in Admin bei uns, Nauri habe ich ihn nicht gesehen, aber sie hat ja selbst gesagt, dass er auch kurz drin war. Und eben am Schluss bist du mir entgegengekommen, Daniel. Aber das war ja schon, da war ja das Licht schon längst aus, als wir uns begegnet sind. Bei Medical oben. Genau, um links eben wo. Und der Rest? Frankie, Brille, Hannah? Frank und ich waren mit der Gang. Brille war Licht. Ja. Ich war mit Nauri am Licht anmachen. So davor, boah. Ich habe einiges gemacht. Und, ich bin alt. Ich weiß nicht mehr alles. Okay. Frau Retro, wo warst du? Frau Retro ist tot. Scheiße. Jetzt wollte ich einmal fragen. Was für ein Masterplay des Killers. Der Investigator. Jetzt wollte ich einmal fragen. Oh Retro, wo warst du? Wer war Electrical, welche beiden? Brille auch nicht. Okay, Sharky war Atman. Genau. Ja, das waren wir auch anscheinend. Nee, Nauri war Medical. Daniel, wo warst du? Daniel, 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 wo waren sie? Ich bin über Medical und war dann auf dem Weg Richtung... Wann waren sie Medical? Weil wir halten uns da schon eine ganze Zeit lang auf. Wir mögen Medical nämlich sehr gerne. Wir waren vorher Reactor. Nauri hat gesehen, dass ich an Medical bin. Und sind dann zusammen mit der Gange gegangen. Ich bin dann Medical vorbeigelaufen. Da habe ich Nerdy getroffen. Bin dann Cafeteria und wollte Richtung nach unten das Licht anmachen. Ja, also zumindest ist er mir da entgegengekommen. Das stimmt so, oder? Also ihr deckt euch gegenseitig, ja? So könnte man das sein. Für den Kill kann ich niemanden decken, generell, aber... Oh, ich habe mich verklickt. Sorry. Ja, ja, ja. Ich möchte, dass die Wahlen demnächst anonym abgehalten werden. Ich möchte, dass die Wahlen des Mewes begründet. Musik Okay, also ich habe Ayana gefunden und mir kam der Daniel entgegen. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Ich... Also ich war in Navigation vorne, ganz vorne rechts, da war ich auch mit Ayana zusammen, also Ayana hat mich dort gesehen und bin jetzt vor Communication. Und Daniel kam mir zwischen Navigation und Shields entgegen. Genau, ich war bei Shields, wollte hoch, habe dann Navi gesehen und habe gedacht, hallo. Licht aus und go. Ne, Nauri lebt ja. Ne, das hat er sich ja bei Ayana gedacht. Ja, ja, true. Die war ja da. Ich habe sie aber gesehen, dass die ist an mir vorbeigelaufen. Mhm. Mit? War jemand in Storage? Hat jemand jemand in Storage gesehen? Ne. Ne, da war noch jemand dabei. Ja, ich war in Storage, habe gerade Benzin aufgefüllt, aber ich bin da gerade erst rein und wollte Benzin auffüllen. Wie bei Ayana war noch jemand dabei? Ja, da war noch jemand dabei. Weiß nicht, wer? Ich. Okay. Hast du was gesehen oder warst du der Mörder? Es können nur du oder Daniel gewesen sein. Und da ich aus der letzten Runde Daniel immer noch auf dem Schirm habe, weil wir halt in Mad Bay waren und er war nicht da. Ja, ich bin an Mad Bay vorbeigelaufen und nö, vielleicht bist du auch, hast du auch im Band gechillt bei Mad Bay, man weiß es nicht. Nö, die haben mich doch gesehen. Aber wir müssen auf jeden Fall auch jemanden wollen. Nein. Ich bin an Mad Bay vorbeigelaufen und nö, der hat mich gesehen, das hat er gesagt. Wo wolltest du denn hin? Wo bist du denn hingelaufen? Ja, ich wollte runter das Licht an, an Cafeteria und dann runter das Licht anmachen. Das war ein komischer Laufweg. Ja, warum? Ja, weil du ja in Mad Bay gar nichts wolltest. Ich war ja nicht in Mad Bay, ich bin oben lang gelaufen. Davor wollte ich zu Admin, eigentlich. Weiß ich jetzt nicht. Und jetzt war ich bei Shields. Ich habe dich tatsächlich nicht gesehen, aber du sagst dir, du warst bei ihr. Ja, ein bisschen dahinter. Das heißt, ich habe Navigation geskippt, weil Naori da war. Hat Naori Frankie auch gesehen? Frankie war auch kurz da, aber ich habe Ayanna mehr gesehen. Ja, die ist ja auch in Navigation. Ich will nicht diesen Ja, dann warst du's Move machen, aber das finde ich immer doof, wenn man keinen eigenen Dings hat, aber wir müssen auf jeden Fall jemanden haben. Also ich habe zwei Runden Daniels Hass, deswegen geht mein Wort jetzt auf Daniel. Weil Naori habe ich gar nicht auf dem Schirm im Moment. Ich weiß es nicht. Die kam ja erst dazu. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ah. Ich hoffe, es war kein Fehler. Mögen die Tempopackungen auf die Schniederhage. Hä? Im Finale. Auf. Musik 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 Alter, wo warst du auf einmal? Auf einmal waren alle weg. Ja, wir sind gerade hergelaufen. Wie bitte? Shaki. Shaki. Alter, ohne Scheiß. Du standest an diesem Download, dann bin ich zu dem Download. Mein Download ist fertig und du stehst immer noch da. Das Licht geht aus und ich so, fuck, er ist es. Ich will gerade einen Schritt machen. Fress auf den Rücken. Hier standen alle am Anfang da bei Weapons und ich dachte mir so, ey, wie soll ich jetzt meine scheiß Task machen? Ich komme da nicht hin, hier steht alle davor, ich kann nicht draufklicken. Und dann war ich so happy, dass hier alle weg waren. Du hättest auch, wenn wir da sind. Komm, der Herr Doktor. Ich kam nicht hin, das hatte ich jetzt schon öfter. Dass immer irgendwer davor stand und dass ich da nicht draufklicken konnte. Aber das, okay. Du musst unten rechts einfach oder drückst Space einfach. Die Leertaste. Aber das weiß ich ja nicht. Ich spiele nicht so oft. Als Imposter kann man halt keine Aufgaben machen. Nee, aber ich habe extra gewartet, bis du vom Upload da weg bist. Dass du wirklich so ein bisschen im Gang bist. Ich wollte gerade los. Ich muss ihn reporten, der steht zu lange am Downloaden. Ich konnte es verkaufen, hast du gesehen. Ja, um ganz kurz zu benden. Es war großartig, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich danke euch allen natürlich nochmal, auch denen, die da schon rausgegangen sind, dass wir das hier möglich gemacht haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass nicht so viele Leute Zeit nehmen für ein Projekt von mir. Und ich hoffe, wir können das bald wiederholen irgendwann. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, ihr lieben Leute. Tschüssi. Tschüssi. Und wenn wir weniger technische Probleme haben, vielleicht sogar mit mehr Folgen.